Die Oman Football Association ist der Fußballverband in Oman. Sie wurde 1978 gegründet und trat 1979 der AFC und 1980 der FIFA bei. Die Oman Football Association ist also ein relativ junges Mitglied in der Fußballvereinigung. Überblick 1996 und 2000 gewann Oman die U17-Fußball-Asien-Meisterschaft und nahm an der U17-Fußball-Weltmeisterschaft 1995 in Ecuador teil. Sie erreichten bei diesem Turnier den vierten Platz. In diesem Turnier wurde Mohamed Al-Khattiri zum MVP des Turniers gewählt und erhielt den goldenen Ball für die meisten Tore im Turnier. Die A-Nationalmannschaft kann allerdings nicht viele Erfolge vorweisen. Man trat erst sehr spät dem Profibereich bei. Sie erreichten 2004 die Endrunde der Asien-Meisterschaft, scheiterten aber in der Vorrunde. 2007 qualifizierten sie sich erneut, schieden allerdings wieder in der Gruppenphase aus. Im Golfpokal erreichte man dreimal das Finale, verlor aber 2004 und 2007 gegen Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. 2009 gewann man im Finale als Gastgeber allerdings gegen Saudi-Arabien. Oman hat insgesamt 43 Mannschaften, die sich in drei Ligen aufteilen. Die erste Liga Oman Professional League hat 14 Clubs, die zweite ebenfalls 14 und die dritte besteht aus 15 Teams. Erfolge 5. 5. 6. 6. 9. 9. 11. 11. 11. Vielen Dank.